Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Skywars auf dem Kombi-Server Und ja, wir spielen dann mal wieder Skywars, weil ich den Modus extrem feiere, wenn ich ehrlich bin Und ich im Moment sehr gerne, ja wie gesagt, diesen Modi dann auch spiele, wenn ich es nämlich feiere Dann macht das nämlich am meisten Spaß, wenn man es feiert, meine Freunde Und eigentlich können wir unsere Insel hier gleich irgendwie sprengen oder so Aber das machen wir nicht, weil wir haben Stuff Zwar keinen so unglaublich guten Stuff, aber wir haben Stuff auf jeden Fall Und deswegen gucken wir mal, was wir mit diesem Stuff reißen können Da ist noch ein bisschen was drin, hätte ich gesagt, auf jeden Fall Ja, wie sieht es denn hier überhaupt aus mit den Gegnern So, die Schutzzeit ist jetzt auch erst vorbei Das heißt, dort kann es sein, dass da vielleicht einer gerade gar nicht in die Runde gejoint ist Dann können wir nämlich da mal gucken, ob wir da irgendwas looten können Benutzen wir mal das Glas, damit sich das Stack da entstackt Damit wir dieses Stack dann nicht mehr im Inventar haben Weil das ist ja Quatsch, wenn wir dann irgendwie Zeug haben, was wir gar nicht brauchen Nee, da ist nichts mehr drin, das scheint so, als wäre der Typ einfach nur runtergefallen Das ist natürlich direkt, ja, skillhaft, ne Wenn man einfach random runterfliegt Aber das ist natürlich mal Skywars, das kann mal passieren Ist mir auch schon mal passiert, ich Oberskiller natürlich So, und wir gucken mal, ob wir den Dude da hinten irgendwie bekennen Uh, nee, 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 nee Die Eier fliegen gerade so ein bisschen, äh, ja, so, als würden sie uns gleich treffen Hallo Dude Ich möchte Bekanntschaft mit dir machen Aber keine Sonne Bekanntschaft, das ist nicht nett Scheiße, hatte ich kein Feuerzeug oder habe ich das Feuerzeug weggeworfen? Das würde mich jetzt mal interessieren Ich weiß es nicht, aber so ein Feuerzeug wäre gerade extrem geil Weil, meine Freunde, dann könnten wir nämlich jetzt so ein bisschen, ähm, Action machen, ne So Ich hoffe, der Typ jumpt jetzt hier runter Wenn er das nicht macht, wird das... Ja, genau, alles Klärchen Alles Klärchen, mein Bärchen So können wir es natürlich auch machen Kein Ding für den King Ähm, Kacke Ja Herzlichen Glückwunsch, hätte ich mal gesagt Wir müssen jetzt erstmal gucken, ob der Typ da jetzt kommt oder nicht Weil Wenn wir jetzt nämlich hier irgendwie was anderes machen Dann würde er uns direkt runterboxen Und das ist scheiße Und das will ich nicht Und das macht keinen Spaß Komm, ich esse meinen Kuchen Komm, du auch Wer essen Kuchen? Guck mal, ich habe Kuchen für dich Pumpkin Pie Hier, hier, hier Pumpkin Pie Kuchen Ich will mit... Ich will doch nur mit dem Kuchen essen Was hat er denn? Hat er so ein großes Problem, nur mit Kuchen zu essen mit mir? Kuchen Friend Dude We wanna eat cake Hallo Okay Der ist aber sehr unfreundlich Okay Ja, lol Wir haben ihn auch einfach noch runtergeboxt Und Beziehungsweise der Typ hat jetzt einfach dadurch gewonnen Ähm Dass wir uns hier gekriegt haben Also ich muss sagen Das war auf jeden Fall GG Der Typ hat einfach mal nichts gemacht und hat gewonnen Hö, klasse Hö, klasse Hö, klasse Vielen Dank.